Cooler Video, som 19 Uhr. Für euch im Studio die Kapelle für die zweite Welle und immer noch abgesagteste Band der Welt, Léger. Aloha Corona, wir sind Léger, wir heißen auch so, wir sind die Band, die ihresgleichen sucht, wir sind die Band, die Akzente setzt, wir sind die Band, die nichts auslässt, wir sind die Band, die nichts bereist, wir sind die Band, die herausragt, die abgesagteste Isolierband der Welt und eure Kapelle für die zweite Welle. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu einem coolen Video um 19 Uhr. Ja, für die Leute, die das interessiert, es ist Samstag der 13. März. Oh, und es gehen direkt Geburtstagsgrüße raus. Herzlichste, liebevolle, freundliche, schöne, fröhliche Geburtstagsgrüße nach Lichtenmusch an die liebe Lena. Happy Birthday! Happy Birthday! Und meine Schwester hat namenstag auch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Die übrigens ein weiteres Bild von mir gefunden hat. Und zwar hänge ich quasi an meiner alten Wirkungsstelle gegenüber vom alten B9 im Parkhaus Blondelstraße. Ja, da hänge ich. Ja, da hänge ich. Da gibt es eigentlich Clubs und so weiter, sind auch alle noch nicht auf. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ihr habt mitbekommen, dass die großen Festivals abgesagt, oder einige große Festivals abgesagt worden sind. Und so Leute wie Rock am Ring werben jetzt gerade damit, dann sehen wir uns halt 2022 wieder. Ich sage mal, ich bin vorsichtig skeptisch. Ich bin noch vielleicht noch nicht so weit, dass ich meine Sparstrümpfe lehren würde und darauf setzen würde, dass es nicht stattfindet. Aber, keine Ahnung. Nein. Ich glaube es nicht. Ich auch nicht. Ähm, was wollte ich? Achso, ich habe gestern, falls ihr euch fragt, was so ein abgesagter Künstler an seinem Rechner nachts macht. Also nicht, nein, Entschuldigung. Er bastelt Collagen aus Versatzstücken von Bildern. Ich habe ein schönes Werk erschaffen. Es heißt, der Klabautermann guckt kritisch. Ich finde es ein fantastisches Bild. Ich werde es irgendwann, wenn der Geldhahn irgendwann komplett zu ist, werden wir es versteigern und hoffen, dass es noch 4,50 Mark zusammenkommen. Kommen wir zum ersten Lied. Wir haben zwei Lieder für euch vorbereitet. Das erste Lied hat mal zu einem der längeren Artikel und auch einem der seltsameren Zeitungsartikel über uns geführt. Vor vielen Jahren, als wir noch relevant für die Aachener Zeitungen waren, ging ein Redakteur hin und berichtete über ein Konzert, dem er beigewohnt hatte. Und er ging hin und hat zwei Absätze darüber geschrieben, wie toll leger wären. Und hat dann drei Absätze darüber geschrieben, wie toll Eric Clapton ist. Der war aber gar nicht da. Wir haben tatsächlich nur ein Lied von ihm gespielt und das wollen wir jetzt auch. Obwohl er eingeladen war. Ja, Eric Clapton ist immer eingeladen. Wir haben immer eine Karte für Eric Clapton. Auch zu unserem großen Einjahr-Lockdown-Konzert hier im Quarantanamostudio. Da gibt es irgendwie drei Sitzplätze und einer davon ist auf jeden Fall für Eric Clapton. Am Dienstag um sieben. Eric, falls du das siehst. Eric, komm vorbei. Achtung. Achtung. Boa. Musik 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 Entschuldigung, es war ja etwas spät. Leila von Eric Clapton, nur für euch. Wolltest du ein Rätsel auflösen? Ich wollte das Rätsel von gestern. Ja, das Rätsel von gestern. Einige Leute haben es tatsächlich, es war ja auch nicht so schwer. So war ich. Wir hatten diese vier Bilder. Ich finde, es ist auch selbsterklärend. Wir haben einen Cent. Wir haben Clark Kent. Wir haben Gent. Und wir haben Stachelbeermarmelade. Das war zu lösen, wie ich finde. Alle richtigen Einsendungen dürfen uns gerne für Sommerfeste buchen. Wir werden eure Anfragen dann bevorzugt behandeln. Wer das nicht möchte, kann mir schreiben und bekommt eine Kopie meiner kleinen Collage. Der Klabautemann guckt kritisch. Kommen wir zum zweiten Lied. Das zweite Lied haben wir aus Hamburg irgendwann mal mitgebracht. Da war es ein Wunsch. Wie oft haben wir es im letzten Jahr gespielt? Keinmal. Ich glaube, keinmal ist völlig richtig. Du darfst mich zum Sommerfest buchen. Oder für mich kochen. Das darfst du dir ausmachen. Ich finde es eigentlich ein schönes Lied, weil ich meine mental magischen Fähigkeiten unter Beweis stellen kann. Ich denke jetzt an mein Lieblingsgetränk und ich transportiere es jetzt zu euch. Ich habe es jetzt in euer Kleinhirn eingepflanzt. Und wenn die dann jetzt gleich pfeift, werden die alle ganz laut mein Lieblingsgetränk sagen. Meine Mutter hat es gerade schon gesagt. Nicht vor. Ja, nicht vor sagen, Carola. Bist du da? Yes. 1, 2, 3, 4. Weinhard wie ein Rocker Weinhard wie ein Schopper Weinhard wie ein Flaschbier Weinhard wie das Papier, weinhard wie ein Rocker, weinhard wie ein Chopper, weinhard wie ein Flaschbier, weinhard wie das Papier. Wir gehen nicht schicken in die Restaurants und knabbern vor, nehm am Hummarschwanz. Wir dumpfen nicht nach unten in Toilette, bei uns schnuppert man uns das Kette fett. Die Höller gieße über Bärsch und Tal, stoppen kann es nur ein Bekennungsmal. Dingel, 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 Weihnard wie ein Rocker, Weihnard wie ein Chopper. Weinhard wie ein Flaschbier, weinhard wie das Papier. Stell den Camping-Doc nicht nach hinten, oder du hast einen Tunnel drin. Mach ihn nicht zu, lass sie auf die Schanke, lass uns zu starren in das Zahnke. Die Höller gieße über Bärsch und Tal, stoppen kann es nur ein Bekennungsmal. Dingel, 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 weinhard wie ein Rocker, weinhard wie ein Chopper, weinhard wie ein Flaschbier. Weinhard wie ein Flaschbier, weinhard wie das Papier. Habe ich meinen Text vergessen, oder? An die Kuh, an die Bullen vorbei, überholen wir auch die Polizei. Wir sind die Wilden und nicht zu zügen, wenn wir überall in Bärsch und Tal, stoppen kann es nur ein Bekennungsmal. Dringel, dringel, dingel, dingel, weinhard wie ein Rocker, weinhard wie ein Schuffer, weinhard wie ein Flaschbier. Toffrock mit Beinhardt. Ja, ein schöner Lied. Ein schöner Lied, der wird nochmal gesingt und zwar hoffentlich bei euch auch im Sommerfest. Bis dahin weiß ich auch wieder meinen Text. Ich habe das jetzt gerade euch allen transportiert, diesen Text. Da war bei mir nicht mehr genug übrig. Ich werde heute Abend Flaschbier nachfüllen in meinen Kopf, damit das wieder da ist. Und dann für euch da. Ihr werdet merken, wie ihr die nächsten Tage, wenn ihr über die Straße geht und irgendjemand pfeift, werdet ihr automatisch denken, Flaschbier. Dann sollte wir zu Dannis Plakat gehen, welches in der Haarskampstraße hängt. Vielleicht, wissen wir ja nicht. Müssen wir nochmal gucken, ob es da noch hängt. Und von da aus dann zum Bahnhof laufen oder zum Parkhaus in der Blondelstraße gegenüber von B9. Da hänge ich mich auch inzwischen. Und ich wurde in dem Bus gesehen. So. Wenn es euch gefallen hat, tut gerne was in unserem virtuellen Hut. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir sehen uns morgen zum Wünsche-Sonntag. Wir sehen uns Dienstag zum Ein-Jahr-Lockdown-Konzert online. Hier unten unter uns in der legeren Probebühne werden wir dann für euch da sein. Und ich weiß nicht, wie lange wir spielen. Genau. Und ihr habt nur eine Aufgabe, nämlich bleibt gesund. Wenn es im Frühjahr kein Klopapier gab, lag das am Coronavirus. Die Leute fluchten, denn auch Nudeln und mehr, die bekam man sehr schwer. Doch blieben wir für euch legeren, doch blieben wir für euch legeren. Doch blieben wir für euch legeren.